Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army und die Prost ist unser Verein. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army aus Gromlands am Rhein. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army-Army-Army-Army. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army-Army-Army-Army-Army. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army-Army-Army-Army. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army-Army-Army-Army. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army-Army. Jetzt sind wir innen Richtung, wo wir das Schiff, die politische Chance haben, das ist sehr sehr gut. Der hat Kermaschen geschenkt, der Platz auf der linken Seite, der letzte hat der Platz für den Klappenall. Und der Pass! Mit Beginn der zweiten Halbzeit, Spielerwechsel bei Atos Koblenz für die Nummer 12. Und der größte Freude Team Kawashi spielt die Nummer 13, Dotsubo Nolaka. In die Runde, Abba! Abode! Schild threshold! 2-0! Lapp! Das ist die Nummer 14. Was Jetzt kommt der Flakke der Reingabe. Klepp, warte, jetzt kommt die Schmerzen. Ja! 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 Nur zu Luft, nur Naka im Torvorbank. Leben oder selbst probieren! Steinen Aus! Abden! Wiede Sie nicht! Aluanga, Ben Füßen, Dietzer und Baumwürschen gemacht. Sie ist aus! Das ist ein weißer Mann! Abdull, Abdull, jetzt muss ich so was! Die Spieler zahlen... ...nach das genau sein. Richter auf Amtshul 9! Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army und die Russ ist unser Verein. Wir sind die Black-Blue-Schengel-Army aus Koblenz am Rhein.